ein paar der uhren podcast wieder woche vorbei winter einbruch und deswegen auch winter auktion beim dorotheum wir schauen es ein paar der uhren an und temperaturwechsel nach dubai ein paar der uhren die auf der dubai watch week vorgestellt wurden also heiß und kalt diese woche viel spaß beim hören viel spaß hallo eric hintergrund ja ich sitze heute bei mir im büro und aus datenschutzgründen datenschutz sicheren gründen habe ich den hintergrund nicht zeigen in deutschland es ist wir nehmen sozusagen live auf es ist sonntag viertel vor neun eigentlich würde die folge um neun online gehen zumindest auf youtube aber was live haben sie noch nicht ganz drüber traut das lassen wir den anderen mal und dass man den profis über genau und ich lade sie dann gleich hoch dann ist es sozusagen fast live seid ihr eingeschneit im büro geht sogar also lang nicht so viel schnee gesehen zumindest auf der deutschen seite aber ich war von freitag auf samstag in münchen und das war crazy und eigentlich haben wir überlegt dann fahren wir lieber doch nicht weiter nachts aber sind doch gefahren was die richtige entscheidung war weil ich gehört habe dass viele aus münchen gar nicht mehr rausgekommen sind weil irgendwie alles zu war und ja aber wahrscheinlich war es jetzt mega geiler schnee und 20 dezember 20 grad weihnachten wir dann draußen sitzen zu weihnachten wieder genau genau was trägst du heute am ich trage heute meine sin 903 die uhr die wir gekauft haben zu unserem zehntausendsten download und genau da sind wir jetzt glaube ich sogar weit drüber müssen wir schon müssen wir die hunderttausende schon kaufen oder das kommt das kommt ganz erfahren was du bestellen willst oder für die hunderttausend kann gut sein wenn du irgendwas irgendwas arges nehmen willst wo die wartezeit recht lang ist soll ich sie jetzt schon genau kannst du jetzt schon bestellen genau die sie noch nicht kennen bisschen bekannt auch als die sind die aussieht wie eine breit leg navi timer zur geschichte da hatte ich ja mal was erzählt da könnt ihr wer es noch nicht kennt ich glaube die vierte vorletzte folge also ihr seht es im titel das ist glaube ich da steht es drin genau und warum habe ich mich für die uhr entschieden weil ich erst das design ganz gerne mag also ich mag natürlich auch das von der navi timer aber ich finde es irgendwie von sinn cooler weil mir die geschichte besser gefällt außerdem wollte ich auch mal eine made in germany uhr was ich ja ich auch mal ganz cool fand und ich mag die marke ja ganz gerne das hatte ich ja schon öfters mal erwähnt genau und ja irgendwie ist das einfach eine schöne uhr gefällt mir einfach schwarzes ziffernblatt weiße hilfs ziffernblätter passt ganz gut weil ich trage heute die omega speedmaster mit dem reverse panda die speedy tuesday 1 die wir vor kurzem auch schon in der folge gehabt haben ja mit diesem ich glaube das werk ist noch das 1861 und an dem aktuellen nylon leder band von omega das eigentlich auf der aktuellen moon watch drauf ist und ich finde das passt aber sehr gut zu der zu der uhr mit einer mit einer falsche schließe aber es ist kein sichtboden unten steht nur eben dieses radial und das tribute to alaska project drauf und haben das gehäuse ist nicht poliert sondern das ist so leicht matt und die uhr wirkt dadurch viel mehr wie wir wie ein tool watch finde ich ja das ist dadurch dass es nicht so nicht so glänzt und ich finde einfach die die farbkombination finde ich einfach großartiger interessanterweise bei den strich indizes die sind nicht ganz rein weiß sondern leicht gräulich und genauso wie die zeiger das ist ein bisschen ein unterschied zu normalen also es ist nicht nur nicht nur die die hilfs ziffernblätter sondern auch die strich indizes die indizes sind gedruckt aber das logo omega ist aufgesetzt ja also das war ja bei den bei den standard modellen zu der zeit war ja das logo auch gedruckt aber in dem fall ist es aufgesetzt das logo und ja die zahlen sind so eben radial angeordnet bei den hilfs ziffernblättern also quasi drehen sie mit mit dem kreis mit kann man sagen ja und genau finde ich eine der schöneren limitierten speedmaster modellen die man absolut ja manchmal schießen sie ein bisschen raus aber bei der ist es sehr schön gefällt mir auch sehr gut wir haben ein paar richtungen überlegt in die wir gehen können ja das eine was wir letzte woche schon angekündigt haben war war gta damals gesagt dass das verschieben woche weil wir wissen mittlerweile dass am dienstag ja der trailer rauskommt und werden wir die hoffentlich neuen charaktere noch mitnehmen und die uhren die sie möglicherweise getragen haben oder tragen werden genau es wird eine richtige nerd folge für alle die die erst aber ich kenne glaube ich fast kein der gta nicht mag und der ende vor allem auch leute die eigentlich sonst nie computerspiele spielen das machen sie dann doch irgendwie das das unterstreicht glaube ich auch den erfolg dieser serie das das jetzt auch leute vor den vor die konsolen und computer bringt die die normalerweise nicht spielen ja aber wir wollten ja eigentlich am freitag auch zu einer auktion gehen zum ersten mal eigentlich an der live aktion also nicht nicht online und zwar ins dorotheum in wien ein traditionshaus im also auktionshaus im ersten das gibt es glaube ich schon relativ lange ja in einem wunderschönen gebäude der mal in wien ist und in ruhe durch antike keine ahnung schier also geschirrfenst also geschirrsachen und möbel und kunst und uhren gehen möchte immer so leichter zwischen reingestreut ist so schierer mode schmuck dass man bislang kontrast hat ja ich habe das konzept habe ich auch noch nicht so also es ist natürlich das haupthaus ich würde mal sagen das ist dann eher gar nicht so auf dieses auktionen fixiert sondern du kannst ja die sachen auch direkt dann da kaufen und das hat dann eher schon was so ein bisschen von wenn die leute durchströmern die touristen dann kaufen sie vielleicht auch noch ein bisschen mode schmuck und sagen wir haben was beim dorotheum gekauft und ich glaube was man auch ehrlich sagen kann ist dass die preise bei den uhren manchmal ticken übers ziel hinausschießen zumindest bei dem die du direkt kaufen kannst genau also wir haben ja eine kleine abteilung wo dann auch jägerle kulture rolex omega zu kaufen sind und die rolex modelle sind schon immer ein bisschen teurer wobei man halt sagen muss es ist halt glaube ich ähnlich wie bei einem vertrauenswürdigen zweithändler man kauft hat irgendwie auch die sicherheit mit klar in vielen fällen ja die können sie es nicht leisten dass du dass sie dir eine gefälschte uhr verkaufen wobei auch wir wissen ja jetzt schon dass auch große auktionshäuser die wirklich auf uhren spezialisiert sind ganz schöne böcke geschossen haben die letzten zwei jahre da haben wir ja jetzt öfters schon drüber gesprochen nichtsdestotrotz glaube ich wenn du jetzt eine submariner da kaufst dann passt die uhr wird wahrscheinlich auch gut überarbeitet worden sein im werk nichtsdestotrotz würde ich glaube ich dann noch immer mal woanders schauen aber ist auch nur eine seite info also interessanter weil du sagst die immer nur woanders schauen ich habe mir jetzt durchgelesen für diese winter auktion die haben sie jedes jahr immer so ende november anfang dezember letztes jahr auch schon da dürften sie das ganze jahr investieren oder zumindest einen großteil der zeit und wirklich große kaliber an uhren zusammentragen ich habe für heute also wir haben für heute sieben raus und und interessanterweise steht direkt bei der bei der auktionsbeschreibung dass die technische funktion der uhren nicht gewährleistet ist das heißt die uhren werden nicht servisiert zur auktion das heißt du kannst ja grundsätzlich die uhren besichtigen bevor du zur auktion gehst da kannst du ja in die hand nehmen und anschauen ich glaube nicht dass du den gehäuseboden öffnen darfst und ich weiß auch nicht ob du ob du die funktionen überprüfen kannst während du sie ansiehst vermutlich schon ja du kannst auf jeden zustands gut achten einfordern bevor du zur aktion kommst also ich glaube bei die größeren preise die da dabei sind ähm und die die das professionell machen werden sie das sicher sicher angeschaut haben auch so als als seit info das heißt die schätzpreise die da immer mit angegeben sind und die preise die dann erzielt können ohne mögliche service gebühren sein ähm also du bekommst auch in keinster weise irgendwie also quasi eine garantie oder so ja ich muss ja auch sagen ich kriege auch immer den newsletter also da sind dann ich glaube die normale auktion ist auch einmal im monat oder alle zwei monate newsletter ich stehe kurz auf ich hole schnell was ja ich rede ruhig weiter ich rede ruhig weiter genau und ähm äh ich muss sagen dass ich eigentlich immer wenn ich den öffne fast ein bisschen enttäuscht bin von den den uhren die da drin sind ähm weil es oft erstens auch uhren sind wo ich mir so denke wer gibt die zu einem auktionshaus also jetzt weiß ich nicht mag vielleicht naiv klingen aber die halt preislich jetzt nicht irgendwie super spannend sind oder sowas also wenn wenn ich an auktion denke und an uhren denke dann denke ich halt immer an äh one of a kind uhren zum beispiel die halt auktioniert werden vielleicht uhren die sehr alt sind und wo es einfach nicht mehr viel bestand gibt und dann hast du aber irgendwie ein stinknormalen breitling navi timer dazwischen und oder oder irgendwie ja weiß ich nicht einfach auch marken die jetzt nicht wo weiß ich ebel zum beispiel oder so wo du jetzt nicht gerade denkst okay das ist auktionswürdig und diese uhren sind aber auch immer wieder im katalog vielleicht werden sie dir auch einfach nicht groß das und auch jetzt bei dieser winter auktion fand ich waren ein paar tolle uhren dabei wo ich mir dachte okay ganz cool wo ich jetzt glaube ich ah ja du du hältst jetzt mal in die hand also kannst du so ein flyer bekommen habe ich mal wenn man den abonniert hat ähm genau also da waren ein paar uhren dabei wo ich dachte oh wirklich ganz cool aber es war auch wieder viel dabei wo ich dachte okay es wirkt jetzt nicht an das niveau was vielleicht ein philips oder ein sotheby's so hat aber vielleicht ist es auch nicht fürs dorotheum dass die wichtigkeit wie jetzt zum beispiel geschirr oder silber oder schmuck im allgemeinen ich glaube kunst ist ein großer renner beim beim dorotheum und ich glaube alte möbel und so gehen glaube ich auch richtig gut vielleicht reicht auch nicht die masse aus wien in anführungszeichen weil natürlich ein philips und sotheby's die scouten ja weltweit weiß ich hat jetzt hat doch einer dieser dieser super sammler der glaube ich die größte patek sammlung der welt hat hat doch jetzt seine sammlung aufgelöst äh und die versteigert er halt glaube ich in singapur ich glaube ja also im asiatischen raum ist aber franzose das heißt ähm da hast du halt dann vielleicht ganz das ein ganz anderes einzugsgebiet als jetzt ähm wie einer privatperson die uhren wie ihre uhren zur auktion freigeben ne wobei sagen muss dass eben bei dieser weihnachtsaktion die einmal im jahr ist über die man jetzt reden da sind normalerweise schon ganz interessante dinge dabei ja 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 schon ins zeug legen ja ne klar es sind auch welche aber es sind halt auch so manche dabei wo ich mir so denke hey okay strange was machen die jetzt hier so okay cool naja das ist halt auch was mitgeht interessant finde ich ja bei der variante immer dass man sagt okay man nimmt diese also du zahlst ja nicht nur eine käufer sondern auch eine verkäufergebühr an das dorotheum damit sie eben quasi dieses diese also quasi als 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 für die verwaltung und dafür das zugpferd namen quasi dass man ja dass da jemand hingeht dass sie das abwickeln und so und da musst schon echt ein liebhaber stück dabei haben dass du da im vergleich zu anderen marktpreisen also bei vielen von den modellen denke mir mal es werde auch lukrativer die irgendwo in kommission zu geben wenn ich von dem steigerten preis die verkäufergebühr abziehe bin jetzt nicht unbedingt also bei manchen ja nicht unbedingt steig jetzt nicht unbedingt besser aus wenn ich jetzt nicht den glücksgriff habe ja ja natürlich waren die uhren zum 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 einstiegspreis vor weiß nicht wenn man sich jetzt die anautilose ist glaube ich auch dabei aus den vor 2000ern natürlich wenn die da wie so wie da zum 40.000 drüber läuft dann wird man natürlich ein plus machen wenn man sie immer schon hat ja also für das glaube ich kann schon attraktiv sein aber ich frage mich manchmal auch wie kann es attraktiv sein für die käufer weil wahrscheinlich gibt es da also von wann war die nautilose die nautilose zum beispiel war von 1981 sondern die modell serie wurde zwischen 1981 und 2006 produziert 1995 war die uhr circa und da wäre jetzt zum beispiel auf chrono gerade keine es ist ein modell mit mit 33 millimetern durchmesser es ist eine kleine ja aber automatikwerk und wir können eigentlich jeder beginnen mit ja ja um meinen punkt noch schnell zu ende zu bringen dachte ich mir auch warum ist es interessant für käufer weil du ja also klar außer wie gesagt one of a kind uhren oder wo halt wirklich weiß ich nicht es gibt nur noch fünf stück weltweit oder sowas weil nach 50 jahren ist die uhr weg aber da sind ja auch normale modelle dabei auch von rolex wo ich mir so denke die kannst du halt bei chrono auch immer noch kaufen ohne dass du diesen auktions stress hast ohne dass du weißt wo die uhr rauskommt auktion hat ja auch immer so ein bisschen diesen punkt ja man könnte ja vielleicht noch einen schnapper schießen aber ich glaube das passiert da auch nicht also dass du halt weiß ich nicht statt 10.000 sie für 8.500 ersteigerst um einfach nur so eine zahl zu sagen so wie früher bei ebay und also dann würde ich vielleicht doch eher einfach zu einem händler gehen also die uhr einfach direkt kaufen ohne auch noch kommission an als dorotheum abzugeben und sowas ja aber beim händler gibt es ja in wirklichkeit eine gewisse kommission ab ja klar aber du weißt wenigstens dass die uhr also wenn du den händler des vertrauens hast dass die uhr funktioniert und sie geöffnet wurde aber ja vielleicht ist das auch geöffnet ist sie glaube ich schon also ich glaube die echtheit ist in dem fall schon garantiert aber warten dann sie die uhr nicht also du kannst nicht davon ausgehen dass alle funktionen problemlos funktionieren ja ja also ich glaube ich glaube ich sehe das auch wie du das sagst die die paar die wirklich gut gut selten sind und gut laufen da ist aktion schon glaube ich schon perfekt und ich kann mir halt vorstellen dass es halt einfach auch nicht langweilig ist für viele sondern dass sie immer wieder kommen haben sie eher niedrigere auch dabei dass man sagt es ist leichter einen erfolg zu haben bei der aktion weil wenn es natürlich hingeht und dann werden nur uhren für 100.000 euro versteigert und du ziehst und du quasi kommst nie zum zug dann kann ich mir natürlich gut vorstellen dass das hat an der motivation ja kratzt ähnlich wie beim glücksspiel würde jetzt einmal sagen ja wahrscheinlich genau und ihr einfach interessanterweise heute in der früh sieben rausgesucht aus dem aus dem katalog also da sind einige lotsen oder bei die 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 für den ein oder anderen vielleicht interessanter sind also zum beispiel wäre in dem ursprünglichen katalog auch eine 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 explorer 2 noch aus den 80er jahren also nur noch dem ganz alten design ja die habe ich da jetzt aber nicht dabei aber quasi fast aussieht wie die ranger jetzt von tudor und tudor ja genau beziehungsweise die black bay pro eigentlich oder ach so erst ja stimmt die black bay ja richtig 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 ja danke ja genau aber die die witzigerweise den ersten klick den in der ergebnisliste gemacht habe da waren nur die nur die erzielten preise dabei und habe mir ein bisschen nach dem gerichtet war diese ordema pg royal oak chronograph und zwar quasi nennen sie diese variante kasparov als spitznamen weil die dieser schachspieler so gerne getragen hat ja und der war anscheinend oder ist nach wie vor was nicht ob der noch lebt war schon wieder so halb an und das halbwissen war anscheinend ein botschafter ein markenbotschafter für audemar pg und dem hat diese dieses modell so gefallen ja und die version ist von circa 2005 und hat 39 mm also das alte jumbo design weißes ziffernblatt hilfs ziffernblätter bei drei sechs und neun uhr und eben dieses ganz typische royal oak design und adi ganz typisch für den für den chrono es hat das ist dieses waffel muster und ursprünglich ist das modell 1997 eingeführt worden und ursprünglich ist die eigentlich üblich also üblicherweise ist die mit einem blauen ziffernblatt ausgeliefert worden ja und es gibt eben nur dieses dieses weiße ziffernblätter und erzielt wurde für diese uhr ein preis von 33.800 euro inklusive gebühr so ein schnapper ja also ich habe mir gedacht normalerweise muss man sagen wenn man in den letzten jahren sie die die schätzpreise angesehen hat es werden immer schätzungen mit ausgegeben dann war gerade bei den royal oak modellen und bei den nautilus modellen die eigentlich immer viel zu weit unten angesetzt ja und dieses mal ist es aber so dass es mitkäufer gebühr ziemlich genau in der mitte liegt also die uhr wurde mit 20 bis 40.000 euro ausgeschätzt also geschätzt ich weiß jetzt nicht ob dann der erste der erste rufpreis 20.000 sind das weiß ich jetzt nicht aber geschätzt wurde sie für 20 40.000 und die wurde für 33 800 verkauft ist natürlich die frage es ist halt auch wieder das thema es kann sein dass die die da nicht vollständig sein es kann sein dass da natürlich box und papiere nicht dabei sind in dem fall ist dabei die box und ein bandteil jetzt kann es natürlich sein wenn da ein hafen glieder fehlen von wann war die äh um 2005 ich muss sagen ist der radium macht echt schöne bilder von den dingen damit man sich sehr gut anschauen kann also ich habe jetzt hier eine ähm ich vergleiche es einfach jetzt immer mal nebenher so ein bisschen mit chrono ähm aber mit dem blauen ziffernblatt wie du es gerade gesagt hast war das weiße jetzt nur speziell für ihn oder gab es auch weiß na es gab auch weiße also ich habe jetzt eine blaue von von 2.6 und die wird jetzt ausgerufen für 32.900 bei chrono na ja da bist du immer sieht da zum beispiel da bist du ungefähr dabei aber schnapper hast jetzt auch nicht gemacht in dem sinn nö wie gefällt es dir im allgemeinen ich muss sagen ich finde das weiß sehr schön nur finde ich sind diese chrono drücker genau das bisschen zu viel bei der uhr ja ich finde das ist einfach genau das das die spur zu viel also ich finde den den rei log chrono zum ansehen finde ich ganz cool aber ist es ist ein bisschen too much finde ich hattest du sie schon am arm mhm jetzt zwar nicht 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 den kasper auf chrono aber einen einen chrono von royal oak ja ja wobei ich finde mit 39 mm dann geht es fast wieder ähm weil es nicht so riesig ist meinst du ja ja im allgemeinen nicht so riesig genau also hier habe ich jetzt noch mal eine weiße ähm schauen wir noch mal rein die wäre jetzt ausgerufen mit zwei jahre garantie was ja auch nicht schlecht ist für 29.000 plus 50 euro versand ja ja zum vergleich ohne box und ohne papier genau aber ja naja würdest du es kaufen ob ich sie kaufen will ja das wäre das die royal oak die du nehmen würdest ähm ich bin ja eher also ich muss sagen im allgemeinen weiß ich wüsste ich gerade nicht ob ich mir eine royal oak kaufen würde ähm ich finde für mich ist der glanz so ein bisschen verflogen ähm wenn ich jetzt einmal dieses geld ausgeben könnte dann wüsste ich nicht ob ich das geld für eine royal oak ausgeben würde okay ja ähm ähm nichtsdestotrotz würde ich glaube ich die ganz cleane 3 zeiger nehmen ähm ja ganz easy ganz dünn ähm gerne auch eine neue variante weil ich mag diese leicht äh schimmernden ziffernblätter ganz gerne ähm ja und ich finde diese uhr am weißen ziffernblatt nicht richtig also ich finde es ist die die uhr muss blau oder schwarz sein für mich ja aber genau ja ja gut nächste ähm gleich das highlight anscheinend der aktion das äh ich werde jetzt gar nicht versuchen den originalen namen auszusprechen aber es steht dabei frei übersetzt das ist das Schaffhausener Schlacht Ross geil die kann einfach alles die die kann wirklich alles anscheinend also es ist scheinbar die komplizierteste uhr von IWC und wurde zum 125 jährigen Firmenjubiläum vorgestellt und zwar 1993 ja ähm und vereint insgesamt 22 Komplikationen ähm dazu zählen halt so einfache Dinge wie Stunden und Minutenanzeige natürlich eine kleine Sekunde aber geht dann so weiter dass man sagt okay man hat einen ewigen Kalender äh Minutenrepetition und sogar ein Turbillon äh Mondphase ist drauf ähm also wirklich alles was man was man sich so vorstellen kann aber das Witzige ist den Turbillon sieht man nicht es steht einfach nur Turbillon drauf oder sieht man es dann am 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 Heck auf der Rückseite auf der Rückseite siehst du den Turbillon ah ja Wahnsinn 16 von 125 genau davon gibt es nur eben 125 die Uhr ist gehalten in einem Gold ja ähm und hat Durchmesser von 44 Millimeter okay ähm ja so vielleicht ganz es ist ein Gold ähm weißes so cremefarbenes Ziffernblatt das sind römische Ziffern es ist alles drauf was man sich irgendwie vorstellen kann ähm die Tage sind in Deutsch geschrieben ähm ja und es sind glaube ich eins, zwei drei, vier fünfzehn Zeiger auf der Uhr drauf gefüllt ähm dass sich das alles ausgeht und geschätzt wurde die Uhr zwischen 60 und 90 tausend Euro und verkauft wurde sie hier 91 tausend Euro wirklich naja es dürfte halt auch wirklich eine wirklich seltene IWC sein ja ja selten hässlich ja also den Tastboden Destri was Destrieros Garfusia heißt sie glaube ich oder Mh Destrieros Garfusia ja also also hier steht sogar die Uhr für ein 22 Komplikation ist damals weltweit komplizierteste in Serie gebaute Armbanduhr rattrapante Minutenrepetition also der macht doch bing 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 ja ist wahrscheinlich ja ist wahrscheinlich ja ich glaube erstens wenn du ein IWC Sammler bist dann musst du diese Stück kommen oder also wenn es wirklich sagst du bist eingefleischter IWC verstehe ich schon ist jetzt visuell keine Uhr die mir gefällt vielleicht ist sie am Handgelenk auch wieder ganz toll ich glaube die wird einfach gekauft und wird irgendwo in einem Safe verschwinden ja vor allem bei der bei der Menge Komplikationen steht da passiert irgendwas dann hast du gleich 30.000 Euro alles recht du kannst zwei Capsis kaufen um den Preis was meinst wenn du wenn du einmal richtig schön gegen den Türstock rennst naja was denn wenn du es so deinem Enkelkind oder so in die Hand gibst und das einfach einmal schön weitwurf übt oder irgend so was oh Gott also hättest du nicht gekauft ich muss sagen nein also ich finde es ja irgendwie nicht ansprechend von dem Design aber natürlich wenn ich sage ich habe jetzt schon alles an IWC was es gibt und brauche noch genau dieses eine Stück dann ja dann ja do it also das hat sich ja zumindest jemand gekauft oh die finde ich schön na nächstes Lange und Söhne 1 mit Mondphase in Roségold glaube ich ja sieht so aus die Referenz ist die 109 032 und ist um 2007 produziert worden Handaufzug 39 mm Durchmesser und wie gesagt Mondphase und zusätzlich Gangreservenanzeige glaube ich da Datum und genau römische Ziffern ja eh so klassisches Lange und Söhne Design ja wurde ah ja genau wurde geschätzt zwischen 20.000 und 30.000 und ist für 24.700 Euro über den Tisch gelaufen und da finde ich es ja eigentlich wieder mal sehr spannend weil ich glaube aktuell würde man von diesen Uhren neu jenseits der 40.000 hinlegen oder ja vor allem weil ich ja lange anscheinend wenn ich jetzt raten müsste Lange hat ja auch anscheinend so eine extreme Preisexplosion naja ist ich glaube die greifen jedes Stück 15 mal an mit dem Stundenlohn da auf einmal 10% mehr verdienst jetzt schaue ich mal kurz Lange 1 was da unser von wann ist die 2005 na 2007 steht da so da haben wir auf Chrono 14 Stück die Uhr kommt mit Box ich glaube die Papiere sind da auch dabei interessant finde ich dass das Band das da drauf ist so eine Kautschuk unterseite hat ich glaube dass das nicht original ist weil das passt ja gar nicht zu der Uhr ja ich finde auch das Band überhaupt nicht schöner gerade also da musste auch ein schwarzes drauf das Band ist sicher nicht original aber die original Deutsch-Lisse ist dabei also ich schaue jetzt gerade nebenher mal wieder auf Chrono und hier liegt sie ich sag mal so die Bilder wirken auch ein bisschen schöner liegt sie bei 31.056 von 2007 in Weißgeul da ist aber dann alles dabei oder ich schaue mal schnell weil ich kann mir natürlich vorstellen was da wenn da das Band fehlt und vielleicht bei den Papieren was nicht dabei ist wenn die Uhr nicht serviciert ist und so dann ist es wirklich mit Originalbox und Originalpapieren aus den USA okay USA auch noch okay weil umgerechnet würden wir da jetzt sagen das wären 27.000 US-Dollar in der Zustand ist halt auch einfach echt nicht gut also wenn man sich die Bilder jetzt mal anschaut ein bisschen hier dieser diese Doppelfeder dass das eh so ausgekratzt ist aber ich glaube das ist ein Bild oder das ist nicht auf dem Ziffernblatt ich weiß nicht das 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 heißt du brauchst ein neues Ziffernblatt was das kostet ja also irgendwie oder sie müssen mal schau dir mal den Dreck rechts an den Bandanschluss ja sie machen ja nichts mit dir ui da sind noch Haare drin oder alter die musst du erstmal in die Grundreinigung bringen schau dir die Uhr mal an naja also sie haben sich über den Tisch ziehen lassen sie 27.000 Euro bezahlt haben da sieht ja kacke aus die Uhr naja man weiß auf jeden Fall wenn man dort wirklich liegen lassen will man muss die Uhr einfach vorher anschauen bei denen naja also würdest nicht nehmen ist ja klar ja die Uhr würde ich an sich würde ich die sofort nehmen aber ich würde sie halt woanders kaufen sorry Dorotheo aber man kann die Uhr wenigstens putzen ich weiß nicht wie das wie das Übernahme abläuft kann eh sein dass sie das anbieten die werfen sie durchs Fenster ja also ich glaube das ist schon guck dir das mal an also wer uns nicht zuschaut zwischen dem Bandanstoß und Band hängen einfach Tonnen von Staub und Haaren und äh alter ganz ehrlich wenn du 27.000 Euro für eine Uhr ausgibst egal ob sie gebraucht ist oder nicht dann willst du einfach eine saubere schöne Uhr ich rede jetzt nicht von Kratzern das ist was anderes aber wenn sie gebraucht ist und sie gilt auch als gebraucht aber dann machst du wenigstens sauber und dieses Band ist ehrlich gesagt eine Vergewaltigung das Band ist echt furchtbar so braunes hellbraunes schaut aus wie Alligator Leder und aber mit einer Kautschuk Unterseite ja da also naja okay naja next one Rolex ist natürlich auch dabei ich glaube in der in der in der Auktionsbeschreibung schreiben sie sogar stolz 22 Rolex Uhren finden ihren Weg die die ich rausgesucht habe ist ein bisschen spezieller und zwar eine Rolex Gmt Master 2 in Vollgold mit schwarzer Lünette also keine zweifärbige Lünette grüner GMT Zeiger und volles Gelbgold die Uhr wurde geschätzt mit 24.000 bis 36.000 Euro und das ist jetzt die erste die signifikant über dem gelandet ist nämlich mit 39.000 Euro inklusive Käufergebühr ich habe dazu geschaut die aktuelle Variante die sie ja letztes Jahr neu also die sie heuer neu vorgestellt haben auf der Watches & Wonders mit dem schwarz-grau und dem Jubilie Band gibt es aktuell für 38.500 Euro bei Rolex welche welche ist was ist die Nummer die gibt es jetzt in der Form glaube ich nicht mehr die Referenz ist die 116718 um 2010 40mm Durchmesser und das mit Oisterband ist auch in massivem Gold ja wurde für 39.000 Euro versteigert okay ich glaube das ist nur die Uhr gewesen wenn mich nicht alles also das ist jetzt quasi ohne Box und Papiere ja ich glaube zu der Uhr an sich braucht man jetzt nicht warum braucht man nicht viel sagen nicht viel sagen in Wirklichkeit ja mir da gefällt mir die Variante besser dem Jubilie Band und dem schwarz-grau das das ist halt so ein bisschen zuhälter Uhr interessant finde ich dass sie bei allen Fotos auch hier benibelst oder fast fast sie vertan sich da um drei Minuten aber trotzdem darauf wertgelegen hat dass es zehn nach zehn ist aber interessant ist dass die 24 Stunden Lunette einfach verstellt ist oh stimmt der Pfeil oben auf der Lunette ist einfach auf elf das ist schon irgendwie also das ist ein bisschen wie mit den Haaren aus welchem Jahr ist die nochmal um 2010 um 2010 es muss wirklich schwer sein einfach zu sagen wann die Uhr gebaut wurde also bei Krono gibt es aktuell nur eine ab 2000 oder von 2004 und die liegt bei 34.000 Euro 14 es hat die Frage wie selten die wirklich sind in der Ausführung ich finde es jetzt auch nicht schön und so also ist jetzt auch nichts was ich ersteigern würde schau dir mal die Macken am Band an Alter gucken die die alle vorher nicht an die die ersteigern naja ich geschau davon aus dass die das anschaut ja da tauscht die Lieder aus Gold das ist halt so weich sehr klar dass da gleich Motzen drinnen sind ja ist mir schon klar aber dann kaufst du eine Uhr für was 36.000 hast du gesagt 39 39 und dann musst du erstmal die Bandglieder kaufen und was glaubst du was die kosten ja der Aufkleber scheint noch drauf zu sein auf der Rückseite dieser abgeranzte grüne Aufkleber ei 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 aber die Motzen sind echt schaut es euch mal an jetzt müsst ihr euch mal angucken die die Glieder haben wirklich richtig tief also richtig tiefe Macken jetzt nicht ich rede jetzt nicht von einem kleinen Swirl oder so sondern wirklich an manche von unseren anderen Kollegen denke ich an Magic Bessel der wird da wahrscheinlich direkt entleiben der kriegt ja schon einen Anfall wenn auf der Schließe ein Fahrrad drauf ist ja genau nee Wahnsinn puh das schockt mich eigentlich schon ja gut aber viel Spaß mit der Uhr okay ein paar Decke ein Autos darf natürlich auch nicht fehlen ist aber ein kleines Modell mit 33 Millimetern die Referenz ist die 3800-1 und ist um 1995 angeschrieben dürfte also scheinbar nur die Uhr sein und wie nennt man das so dunkelblau das Tiefenblatt drei Zeiger Datum bei drei Uhr ähm und halt ganz das äh bekannte Nautilus Design ähm sehr dünn und die Uhr eben für 20.000 bis 40.000 Euro wurde sie geschützt und versteigert wurde sie letztendlich für 41.600 Euro ähm ja das Etui ist noch dabei also immerhin immerhin bekommt man eine alte Schachtel dazu ja ja und die Beschreibung interessanterweise beim Dorotheum heißt die Nautilus gilt zu den bekanntesten Uhrenmodellen von Patek Philipp also da haben sie sie echt echt ins Zeug gelegt mit der Beschreibung wie viel haben sie bezahlt 41.600 Euro okay also ich vergleiche wieder auf Krono ist man schon einen Ticken drüber mit 57.800 wobei wenn ich da schon wieder den Zustand des Bandes sehe ähm ist auch ein bisschen getragen worden kriege ich auch schon wieder ein bisschen Ausschlag also nicht dass ich was gegen getragen habe weil ich liebe es wenn Uhren getragen ausschauen aber geht ja immer darum dass man was kauft ähm aber sonst im Vergleich wäre ähm eine von 96 ne hier ist eine von 90 ja ne da haben sie echt ein bisschen günstiger geschossen also es gäbe eine für 41.000 aber sonst ist man so bei 57 mhm mhm okay also es gibt auch welche für 61 und so da ist der Zustand wahrscheinlich sehr sehr gut 99 gibt es sogar eine ja die gibt es ja glaube ich wieder in unterschiedlichen Größen das ist ja jetzt nur 33 Millimeter das sind die 33er ja hier habe ich eher die 36 ja ja also das ist natürlich schon einmal ein Unterschied weil die 33 ist schon amt klein das ist schon klein ja also ja gut da kann man natürlich auch aufpassen dass man sich nicht einfach nur vom Bild irgendwie beeinflussen lässt ja naja da setzt vielleicht auch jemand auf die Zukunft ja aber ja aber hier habe ich habe ich na die gibt es gerade aktuell nur in Gold Stahlgold dann liegt es aber 32 naja gut okay also ja je öfter ich die Uhr jetzt so langsam sehe dass du weniger interessiert als ich eigentlich ja wie gesagt mit der Nautilus bin ich sowieso nie so geworden da finde ich die Realog irgendwie ansprechender ja aber ja gut sicher sicher nicht uninteressant für den oder die die das gesteigert haben ja sie funktioniert hoffentlich da haben sie auch versucht entweder weiß ich nicht haben sie so viele Fotos gemacht dass sie das nicht ausgegangen ist aber da haben sie es auf 8 nach 10 gestellt weiß ich nicht auch irgendwie lustig naja ohne Sichtboden es steht ja nichts am Gehäusedeckel steht da nicht normalerweise was am Deckel drauf naja sieht nein bei Nautilus nicht das ist auch die Royal Oak oder wo das draufsteht das ist nur bei der Royal Oak das was draufsteht oder haben sie auf die Nautilus auch was draufgeschrieben naja was jetzt also jetzt die die ich bei Krono gerade nebenher anschaue die haben auch nichts draufstehen ganz schön langweilig aus irgendwie naja naja es ist einfach eine Stahluhr eine überteuerte wenn du es mal ganz knallhart so siehst jetzt es ist eines was es ist eines der bekanntesten Uhrenmodelle von Patek Philipp bitte laut danke das war so habe ich meine Schulaufgaben früher auch immer beantwortet der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt die Meta habe ich mir da nicht gemerkt so eins der bekannt ist nein es ist ja auch ein Designklassiker müssen wir auch gar nicht diskutieren ähm ich glaube jeder weiß was der Hype die letzten vier fünf Jahre oder was da was da in sich gesteckt ist aber am Ende ist es einfach eine unglaublich teure Stahluhr mit drei Zeigern und für dich mit Datum ja furchtbar gerade da auch wieder ja nein das schaut furchtbar aus irgendwie das weiß dann das naja okay na gut heute sind wir so negativ ja die ist schön die gefällt mir naja also ich muss sagen die Reloq habe ich irgendwie ganz gut gefunden die lange war halt einfach dreckig die war sehr dreckig ist sicher gut für passt sicher gut in die Sammlung rein genau und dann habe ich mir gedacht ein bisschen was in eine ganz andere Richtung kommen jetzt zwei eher ganz elegantere Uhren würde ich sagen für Damen durchaus auch wahrscheinlich für Herren eine Cartier Panthea aus 1990 in Vollgold also auch mit dem Band in Vollgold nicht nur das Gehäuse ein Quarzmodell mit circa 21 Millimeter Durchmesser wenn man das so nennen will ja und weißt du was da dabei steht ne in der Beschreibung die Panthea zählt zu den Klassikern von Cartier ah cool also das war's die die Informationsdichte ist wirklich sehr hoch ja also man erfährt wer die Uhr also so diese Dinge die ich eigentlich wenn ich eine Uhr ersteigern möchte ja wo ich sage das wäre so dieser Unterschied zu einem blöd gesagt ordinären Zweithändler ja dass man da irgendwie erfährt okay wer hat die Uhr besessen oder was gibt es irgendeine besondere Geschichte dazu oder keine Ahnung irgendwas was halt über den den regulären Online Text hinaus geht da haben sie dafür die Uhrzeit richtig getroffen weil da ist es wirklich 10 nach 10 am Foto ja aber das ist ich würde doch da keine Uhr ersteigern wenn da einfach nur steht das ist eine bekannte Uhr von Cartier aber vielleicht dürfen sie auch nicht mehr erzählen wahrscheinlich hat das auch wieder was mit dem Datenschutz zu tun ja keine Ahnung keine Ahnung naja die Uhr waren geschätzt 4.000 und 6.000 Euro und glaubst du ist sie drüber oder drunter ersteigert worden war es zwischen 4.000 oder 6.000 zwischen 4.000 und 6.000 ich glaube dass dann eine Bumsbähne 7.300 Euro für bezahlt hat weißt du wie viel es war 7.800 nein okay da schauen wir jetzt warte da schauen wir jetzt nach da schauen wir jetzt nach was die jetzt gerade kostet sag mir doch mal die die Nummer ja G.Panther von von 1950 steht nichts dabei von wann 19 1990 also um 1990 ja okay ich weiß ja nicht wie da normal 107 Stück gibt es okay in Vollgold mit Butterfly Falsschluss und das Quarz jetzt sollten wir vielleicht unseren Lacher mal zurücknehmen was ist das Schnäppchen naja also hier habe ich sie in Vollgold jetzt nehmen wir einfach mal die also K.Panther 1060 ist das dieselbe guck dir den Zustand an der Uhr Wahnsinn ja also die die ich jetzt hier so auf die Schnelle sehe da sind wir bei 14.000 ist die Frage ob die Größe die hat nur 21 Millimeter also die die dürfte wirklich sehr klein sein okay dann machen wir das live hier 21 Millimeter ja da gibt es leider nur eine Two-Tone für 2,9 also scheint zumindest selten zu sein aber auch hier ist das Gehäuse extremst zerkratzt ich finde die Uhr wunderschön die Uhr ist super ganz toll in Vollgold finde ich die richtig gut alles andere finde ich irgendwie komisch ich entwickle mich ja auch gerade wirklich zu einem Cartier Fanboy muss ich sagen also das ist das merkt man gar nicht ne vielleicht wird auch mal in der nächsten Uhr wieder eine Cartier ja vielleicht Spoiler quasi heute im März gar nicht mehr dazu sagen ja also auf jeden Fall ein ein Abendklassiker die Cartier Proter finde ich und preislich jetzt nicht ganz so ferner liefen wie die anderen Uhren die wir uns angeschaut haben aber trotzdem 7000 Euro nicht schlecht 7800 ja 7800 genau dann letztes Modell das wir rausgesucht haben wieder Patek Philippe und zwar eine Ellipse so erster erster Eindruck von dir ich weiß gar nicht wie du zu der Uhr an sich stehst ich bin das erste Mal drauf gestoßen weil dieser deutsche Unternehmer der mit dem von Trigema ja weißt schon wer ist der denn gerade also wer kennt es wahrscheinlich Trigema deutsche deutsche Marke polarisierender Typ der immer alles auch made in Germany hatte mal so ein Affen als Maskottchen genau und der trägt diese Uhr schon immer ich glaube dass sie als Mann mit einem kleinen Handgelenk und einem bestimmten Stil sehr cool ist also wenn man also er trägt ja nur Anzüge wenn man jetzt einfach mal nur wenn man ihn jetzt als Beispiel nimmt wenn man so einen ganz klassischen Herren Style hat also wirklich nur bunt Faltenhose Jackett immer Krawatte immer Hemd dann finde ich das eine ganz ganz tolle Uhr also vielleicht Referenz ist die 3548 001 und ich bin da auch bei dir wenn man sagt man hat immer nur den Anzug an und ist eher zart gebaut weil die Uhr hat nur 27 Millimeter Durchmesser ist angeschrieben also auch wieder sehr klein und es ist natürlich mit einem integrierten Weißgold Band da passt das glaube ich schon hervorragend aber ich glaube dass es also wirklich nur sehr sehr einseitig zu tragen ist eben mit Anzügen ich weiß nicht ob das mit Jeans und T-Shirt weiß ich nicht auf der anderen Seite das Ziffernblatt wirkt so leicht blau und so wahrscheinlich kann man es auch mit Jeans und T-Shirt tragen wenn man der richtige Typ dafür ist und wenn man ein bisschen extravagant ist es ist halt nicht dieses typische Patek also entweder brutale Komplikationen und Bam Bam oder halt das Stahlzeug was wir gerade besprochen haben sondern es ist halt eine ganz zurückhaltende Uhr nur diese Ovalform Zweizeiger und also als Damenuhr finde ich sie halt unglaublich schön ist aber Handaufzug ist kein Quarz Zweizeiger aber also für eine Dame finde ich sie ganz toll und auch für Männer finde ich sie schön wenn man es tragen kann aber es ist es muss passen ja also die Uruber angekündigt für 7 bis 19 Euro und letztendlich wurde sie für 10.400 Euro ersteigert also doch ein bisschen über über dem Rufpreis und da ist Box und Papiere dabei und es dürfte wirkt zumindest wie ein ziemliches Komplettpaket eigentlich weil die Uhr mit dem Weißgoldband dann finde ich das eine sehr spannende Variante von der Schließe so irgendwie mit so einem Eck irgendwie so ein Haken zum Einfädeln Box und Papiere dabei also finde ich bis jetzt irgendwie das komplettere Paket und auch der Zustand finde ich wirkt von der Uhr ich meine ich kenne mich da natürlich wieder nicht aus ob die Glieder jetzt irgendwie abgenutzt sind oder so aber abgesehen davon dass sie natürlich dort oder da ein bisschen ein paar so Kratzer und Matzen wurde getragen das Gehäuse ist schon ganz schön naja stimmt aber zumindest Haare sind keine drauf ist das ein Fingerabdruck ja wahrscheinlich vom Foto machen alter die haben halt auch einen Stress kann man da nicht mal kurz um Lappen drüber gehen den hat wahrscheinlich gerade wer braucht weil er sie schneitzt noch das Mikro Faser also ich will ganz ehrlich sagen ich werde dir da nie eine Uhr ersteigern ich glaube es kommt wirklich auf die Preisklasse drauf an ja aber da war jetzt wirklich keine Uhr dabei wo ich dachte dass sie gut behandelt wurde also jetzt nicht vom Verkäufer sondern und dass sie gut fotografiert wurde und dass alles passt wenn dass ich ja wirklich ein Luxus Gegenstand kaufe ja ich glaube gar nicht so sehr das das Verständnis der Personen die dort ich glaube leider auch mitsteigern naja das wären jetzt sieben sieben Highlights glaube ich aus der aus der Versteigerung wie ich gesagt es sind nur ein paar andere Exoten dabei es ist eine 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 Grundkomplikation von Batek Philipp dabei es ist eine mit ewigem Kalender es war noch dabei eine Explorer 2 eine alte natürlich Daytona wie immer findet man man findet Dinge von Chopard es sind ein paar von Breguet Rolex natürlich einige und eine ganz alte Logis anscheinend kann man aber nachschauen du würdest nichts ersteigern hast gesagt ich glaube wir sollten echt mal hingehen und anschauen wie diese Live-Auktion so wirklich abläuft wie das Stimmung ist ich glaube das ist schon mal ganz was an das müssen wir uns unbedingt mal anschauen von den Modellen selber hätte ich schon eine ersteigert wenn es jetzt wenn ich Lust drauf gehabt hätte und jetzt gerade du musst ja irgendwie auch so Spielgeld dafür haben weil ich glaube so eine Auktion zu machen mit einem ganz festen also du musst dir natürlich ein festes Budget festlegen aber wenn du sagst okay ich kann mir jetzt nur eine Uhr kaufen und ich habe jetzt irgendwie Feedback bekommen auf unsere Weihnachtsfolge wie verrückt es doch ist von den 16-Jährigen 1000 Euro auszugeben da möchte ich nochmal sagen natürlich ist das scheiß viel Geld und natürlich ist es auch verrückt in Anführungszeichen gibt aber auch Leute die können das halt und ich glaube das muss jeder für sich selbst einschätzen was er ausgeben möchte als Geschenk hast du wegen der Tissot ja genau das ist für die Leute die die am 23. Geburtstag haben und dann am 24. Weihnachten die kriegen dann immer diese Fusionsgeschenke da wird es dann passen ja oder wenn es der größte Wunsch ist und im selben Jahr wird noch Schulabschluss gemacht und so weiter dann kann man das ja auch miteinander verbinden Leute manche manche kriegen zu Weihnachten Tablet und iPhone also ich denke ja man kann es viel verrückter handhaben sagen wir noch schnell drei vier Uhren hau noch eine Dubai Watch raus eine unbedingt die 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 ich geschickt habe nämlich die MB&F HM11 Architect das Bild ist von Time and Tide Watches von Instagram ihr könnt es dort nochmal nachsehen genau die weil ja die hat einfach so die Uhr schaut so feucht aus meiner Meinung also wer sie gerade nicht sieht sie sieht ein bisschen aus wie so ein Helm sie hat vier Anzeigen auf den Außenseiten ich glaube das eine ist Temperatur wenn ich es richtig im Kopf habe das andere ist die Krone dritte ist die Uhrzeit und das vierte weiß ich gerade nicht auswendig Selbstzerstörung oder irgend so was Selbstzerstörung genau was ganz spannend ist man zieht die Uhr auf indem man die ganze Uhr dreht also du greifst sozusagen die Uhr von oben und ich sehe schon den ersten mit Zwick rauf die Uhr abdrehen ja ein ein Zug reicht wohl für einen dreiviertel tag okay also weil weil dadurch dass der Drehradius so groß ist gegen jetzt eine kleine Krone dreht man wohl also das ist jetzt wie ich es aus YouTube Videos gesehen habe ich kann es auch nicht 100% sagen ob das stimmt aber zumindest jeder sagt halt immer auch ein bisschen was anderes ich glaube es ist mal wieder vom design es ist glaube ich mal wieder vom handwerklichen ich glaube schon allein dieses Glas produzieren zu lassen was da oben drauf ist es gab jetzt ein ganz cooles YouTube Video mit dem Teddy ich kann mir den Namen nicht merken den Nachnamen selbst für dieses andere Modell was aussieht wie so ein Automotor dieses Glas bis das gefräst wurde und fertig war und so hat das irgendwie drei Jahre gedauert bis es dann wirklich funktioniert hat da sieht man mal wie die wie die arbeiten und ich glaube jetzt auch hier bei der dass dieses Glas wo man oben ins Werk reinschaut ins Gehäuse das alleine ist schon wahrscheinlich brutal ich glaube es ist Uhren kunsttechnisch einzigartig was die machen für die heutige Zeit die Uhr liegt bei 213.000 Franken Liste aber aber ich glaube es gibt auch wieder nur 150 Stück also die wird dann sicher auch wieder bei einer halben Millionen weiterverkauft werden kann ich mir gut vorstellen ich finde es gibt von MBNF Modelle die finde ich ganz toll die würde ich auch tragen also die auch ein bisschen klassischer sind aber ich finde es cool dass es so jemand gibt der sowas macht und sie scheinen auch erfolgreich mit zu sein es ist so speziell und so einzigartig dass es irgendwie cool ist vom praktischen Zugang her ist es halt immer irgendwie ein bisschen schwierig weil ich stelle mir da zum Beispiel auch kurzes T-Shirt oder Hemd oder was auch immer aber sonst glaube ich stelle mir die Uhr irgendwie sehr schwer tragbar vor aber du trägst halt ein Kunstwerk am Handgelenk und ein Flex also weil es gibt halt keine andere also selbst wenn du sagst eine Richard Miel gibt es halt trotzdem 20-30 Fake-Firmen die das nachbauen wo du nicht weißt ist das jetzt ist das eine Richard Miel oder nicht aber wenn du eine MBNF am Arm hast gibt es halt nur einmal also jetzt nicht die Uhr einzeln aber es gibt halt diese Marke nur einmal es gibt dieses Style nur einmal es gibt diesen dieser Typ ist ja auch einfach sauvier was ich jetzt ganz cool fand für die die es nicht mitbekommen haben es gibt ja noch diese Mad One das ist sozusagen das Einstiegsmodell was kostet das dann 300 glaube ich bei 6800 wirklich ja ja und die das war auch in dieser Dokumentation hat er erklärt dass es ihn immer so total gefuchst hat dass seine besten Freunde seine Bekannten seine Familie seine Uhren nicht tragen können weil die halt so teuer sind und dann hat er 6.000 Euro ist ja quasi ja aber gegen 60.000 oder 160.000 ist es halt doch was anderes und dann hat er halt diese Mate One auf den Markt gebracht und die wird ja immer mit einem also man kann sich da ja bewerben so Ruffle nennen die das und dann kannst du sagen ja ich möchte die Uhr und dann wird zwischen den Leuten die das gesagt werden die dann ausgelost es gibt halt immer pro charge keine Ahnung sagen wir einfach 1000 Stück ich weiß nicht ob 1000 sind aber sagen wir 1000 und es gab das halt jetzt einmal für die grüne einmal für die rote und ich glaube für eine schwarz-silberne und die Leute die jetzt dreimal keine bekommen haben die wurden jetzt sozusagen extra ausgewählt und die können jetzt sicher eine bekommen also sie werden natürlich angeschrieben und das heißt möchtest du die Uhr noch haben und es wird jetzt sozusagen kein neuer Pool aufgemacht sondern wirklich nur die die dreimal Pech gehabt haben die halt durch dieses Zufallsprinzip keine gekriegt haben haben jetzt die Chance ohne Wartezeit ohne Glücksspiel in Anführungszeichen die zu bekommen und sowas finde ich immer cool sowas mag ich gerne und ich glaube das ist auch in der Szene ganz gut angekommen dass die einfach gesagt haben so jetzt ganz ehrlich wenn du dreimal Pech hast jetzt kriegst du es einfach jetzt kriegst sie einfach das finde ich cool ansonsten der Typ ist glaube ich total bescheuert also im Positiven total crazy aber irgendwie schafft er es immer wieder Uhren zu bauen über die die Leute reden ob man sie mag oder nicht ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Thema ich glaube du musst da einen gewissen Grad an Verrücktheit haben um solche Dinge auf den Boden zu bekommen er hatte wie auch in dem Video gesagt dass sie jetzt an den Uhren arbeiten die erst in zehn Jahren rauskommen ja das ist natürlich schon ein Haufen Entwicklungsarbeit die da rein fließt du musst ja irgendwie also du musst ja in so anderen Zeitzyklen arbeiten werden weiß nicht wir jetzt wir denken ja immer von Quartal zu Quartal das ist irgendwie und einerseits bin ich da total neidisch dass du irgendwas hast wo du so viele Jahre die Zukunft plan andererseits musst du halt irgendwie auch ist das echt schwierig das immer alles aufrecht zu erhalten immer weiter zu machen ich stelle mir das schwierig vor dass dann auch das Design ich meine okay in dem Fall ist wahrscheinlich Design eh spricht eh für sich das ist so speziell dass es wahrscheinlich egal ist und es geht immer um diese extravagante Umsetzung der verschiedenen Komplikationen oder der verschiedenen Anzeigen aber ich stelle mir das in anderen Fällen oft schwierig vor wie weit in die Zukunft schauen kann was gefällt dem dann wenn so weit ist ich glaube das ist ein ganzer eigener Prozess der Firmenführung die du an den Tag legst im Vergleich zu Rolex und Co ja super damit haben wir die Woche wieder gefüllt ich hoffe haben alle bis hierher zugehört genau dann würde ich sagen machen wir eine Weihnachtspause das können wir uns nur überlegen wenn es so weit ist ja vielleicht eine Stunde findet sich immer dann habt ihr auch was zu hören wenn ihr gelangweilt die Geschenke auspackt genau die ganze Familie muss zuhören statt Dinner for One am 31 genau 10 past 10 genau ja gut dann machen wir nächste Woche die GTA Folge ich bin gespannt auf den Trailer Playstation 5 wird bestellt und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche schöne Woche bis dann bis dann ciao ciao